hallo und herzlich willkommen auf meinem kanal ich habe heute zwei pakete erhalten ja dies ist zwar nach einem tag hier gewesen kommt aber aus china und der hintergrund ist dass es mir aufgefallen ist dass bei meinem letzten unboxing video der ton bisschen hin und her schwankte lauter und leiser war das lag daran dass die entfernung zum mikrofon dadurch dass man sich bisschen bewegt nicht immer gleich bleiben ist deswegen habe ich mir was schönes hier gekauft gab es jetzt bei amazon für 12 euro 16 als angebot auch sehr gut bewertet den link werde ich natürlich mit reinsetzen es ist ein interview oder ein richtmikrofon hauptsächlich für smartphones laptops und tablets was ich vorher nicht wusste und was mir positiv auffällt die klammer ist aus metall macht auch einen stabilen eindruck was haben wir noch drin eine kurze anleitung auf englisch da ist die länge irgendwelche parameter sind da noch mit drauf welche klinken größe und so weiter und dann haben wir hier noch ein klinker adapter für den abgewinkelten klinker wieso auch immer ist für manche dann halt wichtig und noch ein ersatz stück ich weiß nicht wie man die dinger nennt ich nenne das mal ein schutzpolster man kann auch für den wind falls es windig ist so ein windfilter nenne ich mal dafür kaufen da ist die schärfe so ja mehr gibt es dazu nicht zu sagen das nächste video wird halt mit diesem mikrofon stattfinden da bin ich selbst gespannt wie es klingt ich sag schon mal tschüss falls euch das video gefallen hat daumen hoch oder vielleicht abonnieren bis dann